Hi Leute, was geht? Ich bin Chris und bin dabei jetzt heute schon mal. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, abonniert diesen Kanal und lasst auch ein Like da, also eine positive Bewertung und dann würde ich sagen, ähm, also heute machen wir ein Battle. Ja. Halt. Aber nee, lass mal weiter weggehen, oder? Genau, also wir, so. Und, ja, hier ist der Todesheimer, wer als erstes dreimal gestorben ist, der hat gewonnen. Hi, und es geht gleich los. Komm nicht. Ja, ich wollte noch sagen, also vielleicht habt ihr es schon bemerkt, die, also ich habe mir eine neue Tastatur geholt, die klickt jetzt nicht so laut. Ja, schon was, Tastatur hört man noch. Das ist mir gerade aufgefallen. Wenn du da, der Tastatur auch hört, wow. Hört man meine auch? Ja, aber ganz leise, ich glaube, im Video hört man die nicht. Ah, okay. Dann lass mal hier das Battle machen, oder? Ja, okay. Dann würde ich sagen, weil kurz, ich baue diesen Block auf, dann würde ich sagen, es geht los mit dem Battle. Wow, was ist das denn? Was hast du da gemacht? Man durfte ja alle Eitungs, also habe ich auch. Was ist das? Oh, heilige Scheiße, nein. Der greift nicht an. Wow, shit. Der macht Schaden, oder? Ähm, bisher hat er mir noch keinen Schaden gemacht. Das ist doch. Aber der ist übelst du okay. Wo ist der denn? Okay, wo bist du? Was? Was hast du hier gemacht? Wenn meine Maus hört man noch, dann war es doch jeder, oder? Nein, ich habe Steine vergessen. Ich bin so dumm. Ich habe meine Axt weggeschmissen. Okay. Ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich die Steine. Hä, wo bist du hin? Ich habe Enderpeeren vergessen. Ernsthaft? Scheiße, ich bin gleich tot. Was? Was ist hier ein Gefäß? Was ist das? Das war ein Spinnennetz. Was? Hilfe, ich bin auch gleich tot. Ah! Die sind gut, oder? Was? Wie gruselig sehen die aus. Die... Alter, ich haue ab. Ich bin gleich down. Ich habe noch ein Herz. Ja, ja, Herz. Ich habe noch zwei Herzen. Dann komme ich mal vorbei. Wo bist du? Wo bist du denn? Boah, die können einen sogar im Flug mit der Lystra angreifen. Krass. Und die wecken. Wo bist du? Und es sind ja jetzt keine Verzauberungen. Wo bist du? Krass, wo bist du? Wo bist du denn? Also, ich suche dich. Ich auch in der Luft. Da bist du, Alter. Der steht direkt vor mir. Was geht? Ich bin wieder gleich tot wegen dieser Dome-Landung hier. Also, ich kann auch noch mehr spawnen. Was? Wo ist der? Wo ist der? Wir machen auch... Nee, in nächster Zeit... Was hast du da gemacht? Ich habe Leute gespürt. Wir werden auch in nächster Zeit einen Death One machen. Auf jeden Fall, ich arbeite daran, dass man auch... Wir können dann mitmachen. Also, zu winnen gibt es nichts. Es ist einfach nur, dass es Spaß macht. Das machen wir dann eine Stunde lang. Geht es einfach in eine Richtung laufen. Und wir haben dann auch rechts ein Scoreboard. Ich weiß noch nicht, wie das Geld... Aber irgendwie wird das schon gehen. Wo bist du? Weiß ich nicht. Ich bin hier bei der Lobby. Oh, nein. Autsch! Nein! Das ist nicht mein Ernst, oder? Ich habe jetzt nur durch dieses dofe Fliegen. 1000 Hertz verloren. 1000? Also nicht 1000, aber schon sehr viele. Bist du bei der Lobby? Nein, ich hüpf hier bei den komischen gespawnten Leuten rum. Ah, weißt du, ich könnte... Ich habe in meiner Ender-Chest in meiner Lobby... In unserer Lobby habe ich... In der Ender-Chest habe ich eine extremst krasse... Ich habe nur noch 57 Goldäpfel. Ja, und schon war es krank. Also könnt ihr eine gute Wässerung wünschen? Ja, aber ich bin... Also ich habe die... Ich habe das... Schwierig... Also das Blödeste an der Krankheit habe ich überstanden. Da bist du gut. Da bist du ja. Dress? Alter, ist es so ein Ernst? Also hier sind ja keine... Gibt es ja keine Regeln. Ja. Alter, nein, ich stütze... Fast wäre ich abgestürzt gerade. Wink, Alter. War, sie haben noch ein halbes Herz? Wo bist du? Oh, ja, in der Zeit. Oh, schade. Ich hätte hier... Ich habe dich getroffen. Mit dem Bogen? Ja, klar. Nein, ich habe keinen Fall. Im Flug ist es schwierig. Warte, ich habe mit einer... Boah, wie schnell du bist. Wo bist du denn hin? Irgendwo. Oh nein, ich habe schon wieder so wenig Herzen. Jetzt kann ich... Nein! Ich bin tot. Du bist gestorben, ja. Nein! Ich bin bei der... Ich gebe dir jetzt... Ich bin bei der zweiten Achterbahn. Auf der Strecke. Und ich hätte mir ein Wasser einmal besorgen sollen. Oh, ich habe einen, ich habe einen. Ah. Aber ich habe... Ich weiß nur, ich habe keinen... Ich gönne mir mal... Ich tausche mein Schild mal kurz gegen Totem aus. Hast du Totems? Nein, ich habe so viel vergessen gerade. Du hast keine Totems? Ja, ich mag gerade so viel. Das... Das? Nein! Alter, ich wäre fast gestorben wieder. Wo bist du? Ah, Vergiftung. Das? Schöne Vergiftung für dich. Wie kannst du schön elf Sekunden lang Vergiftung benutzen? Weck du Buch. Oh, ich habe... Ich habe... Weiß nicht, ich habe vier Stacks. Ich habe noch drei Stacks, Beile. Ich habe keine Vergiftung mehr. Wie bist du? Nein! Nein, ich bin schon wieder gestorben. Ich habe es gesehen. Du warst direkt neben mir. Alter, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Es steht 2-0. Ich sterbe die ganze Zeit wegen dieser... Blöde. Ja, du hättest du dir in Totem geholt. Das wäre schön für dich gewesen. Nein! Ich habe meinen ersten Stack Raketen schon aufgebraucht. Ernsthaft? Ich habe zwei Stacks. Also, ich habe noch... Äh, ein Stack. Äh, ich habe noch ein und ein halb. Lass mal auf dem Boden kämpfen. Okay. Ich lande im Wasser. Wo bist du? Da, wo du die komischen Typen gesponnt hast. Ich weiß gerade nicht wo. Ich bin da, wo du die komischen Typen gesponnt hast. Ich dachte gerade kurz, du wärst ne Kuh. Ne Kuh ist meinst. Ich wär ne Kuh. Also, nein, also, da war ne Kuh. Und ich hab dich nur... Und ich hab dich nur... Wo bist du denn jetzt? Ich bin die ganze Zeit hier... Ich seh's. Ich seh's. Ne, du bist du. Ich wär fast auch gestorben, aber... Ne, eigentlich wär ich nicht gestorben. Ich hätt hier im Toten gehabt. Aber ich wär nicht gestorben. Ich bin bei diesem Spinnennetz am Anfang. Am Anfang, wo wir... Warte. Ich weiß, was du bist. Wo bist du hier? Ich bin beim Spinnennetz. Beim anderen. Ach so. Ich seh' dich. Wo bist du jetzt hin? Och, ne. Ist das ein... Ich musste mich hier... Das Enderman. Wo bist du hingegangen gerade? Ich hab dich gesehen. Aber wo bist du halt hingegangen? Das sind ja schon viele Vergiftungspfeile. Ja. Ich hab dich. Hä, wie hast du das gerade gemacht? Holy shit. In der Perle. In der Perle. Alter, ich hab mir diese Scheiß-Falle hier gebaut. Nein. Ja. Du bist aber nicht gestorben. Ich hatte Tote. Ich hatte Tote. Ich hatte Tote. Aber wo bist du hin? Ja, aber wo bist du hin? Im Himmel. Also, wortwörtlich im Himmel. Wo bist du hin? Ich schießt dich die ganze Zeit ab und du ja... Hast du normale Pfeile? Ja. Weil man durfte doch keine verzauberten Sachen nehmen. Ja, aber man durfte, ähm, direkt schaden und so. Vergiftung. Äh, stopp ist denn auch so. Na gut. Okay. Ich flieg dann mal wieder los mit meiner Elytra. Weißt du, du hast Glück, wenn mir die Raketen ausgehen. Oh. In der Luft, ich ja sehe es, wie du dich anklüchen magst. Hast du noch genug Enderperlen? Ich hab gar keine. Ich hab's dir vorhin schon gesagt. Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Ich kann nicht aufgehen. Ey, der ist mir... Bist du hin? Du bist? Nein. Komm. Nein, ich bin schon wieder draufgegangen. Lass mal Wiederholungen machen. Erstmal würde ich sagen, für dieses Video lasst ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn wir 20 Abonnenten knacken. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss.